Sag mal, du liegst ja immer noch im Bett. Raus mit dir. Hallo. Morgen. Ich bin aber gern bei dir im Bett. Wenn ich dich mitnehmen soll, müsst du jetzt sofort aufstehen. Ja? Ja. Und dein Doktor kann nicht mal auf dich verzichten? Seine süßen kleinen Seehund-Babys, die hätten doch sicher Verständnis dafür, wenn du mal blau machst. Ich geh aber gern hin. Ja? Ja. Und duschen kannst du zu Hause. Eilig. Was ist denn heute für den Tag? Dienstag? Mittwoch. Mittwoch. Also gut, dass mir das noch einfällt. Heute kommt doch der Vertreter, der mich auf der Bootsmiss in Düsseldorf kennengelernt habe. Prima. Dann mach ich vielleicht noch ein richtig gutes Geschäft. Das heißt, du hast deinen Lung gefunden? Du hast es erfasst. Meine süße kleine Seehund-Mutti. So. So, mich.